Hi, ich bin die Shani. Erstmal schönen guten Morgen, ich bin auch heute wieder unterwegs. Wir haben mittlerweile Rosenmontag und ich bin schon wieder unterwegs, um die besten Anmachsprüche mal wieder rauszufinden. Vielleicht sind heute wieder ein paar gute dabei. Hallöchen, ist hier noch Platz? Nein. Für mich doch immer, oder? Jetzt setz mich schon hier auf die Hacke. So, ich habe eine Frage an dich oder an euch. Habt ihr zufällig einen Anmachspruch parat bestimmt? So wie du aussiehst, hast du einen guten? Ich kann hell sehen, du siehst aus wie meine nächste Freundin. Hast du auch einen? Ich scheiß Botox, darf ich dir ins Gesicht spritzen. Das gibt eine Anzeige. Die waren schon mal richtig gut. Mal sehen, was uns noch so erwartet heute. So, der junge Mann, der hat noch einen Spruch auf Lager, vielleicht erkennt ihr den nochmal. Ich bin gut drauf, bist du gut runter? Nö. Da fällt mir nichts mehr zu ein. So, ich habe noch einen von den sieben Zwergen gefunden. Hast du einen guten Anmachspruch für mich? Dann schieß mal los. Ich kann ja nachts bei dir schlafen, weil ich bin in mein Bett geschissen. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Den hat mir aber, weil auf das schon einer gesagt. Aber der ist schon gut. Und der hat schon zweimal gezogen. Nein. Echt? Ja. Okay, das ist krass. Bei dir konnte ich danach auch nicht mehr schlafen, weil das ist gleich passiert. Dann hat er auch reingeschissen. Oh, der Dich. Sie sind geistig behindert. Hi, geht's euch gut? Klar. Ihr seht aus, als werdet ihr schon ordentlich getankt. Stimmt das? Natürlich, muss ja. Habt ihr denn gute Anmachsprüche für mich? Ja, haben wir. Dann schieß mal los. Ich zeig dir einen Zaubertrick. Erst verschwinden unsere Klamotten und dann du. Nee. Habt ihr noch mehr auf Lager? Bestimmt. Ja, vielleicht. Ich trinke U so. Was trinkst du so? Auch. Hast du einen? Die Sterne sind so schön. Müsst ihr mir einen unterholen? Das gibt eine Anzeige. Der ist geil. Den kann ich auch noch nicht. Da waren echt richtig Gute dabei. Mal gucken, wen wir noch hier so alles treffen und was wir noch so hören. Ach, guck an. Den kennen wir doch. Da gehen wir doch direkt nochmal hin. Der hat bestimmt noch einen auf Lager. Hallo, junger Mann. Dich kennen wir doch. Du hast bestimmt noch einen Spruch auf Lager. Komm, komm, komm. All diese Kurven und ich ohne Bremsen. Dann mach so, Auto so machen. Ich mach so, aber Unfall. Ich gehe noch zwei, drei Mal und immer, wenn ich den treffe, frage ich ihn. Schönen guten Tag. Du hast aber einen schönen Autoransprung. Ja, ich bin vom ADAC. Ich bin vom Abschleppdienst. Jetzt kannst du es schon mitnehmen. Klar! Mit der Trum, 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 mit der Trum, 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 mit der Trum, 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 mit der Trum, Trum, Trum. Träcke. Das ist ein Maul. Das gibt eine Anzeige. So, wir hatten ein paar Gute dabei. Ich würde sagen, auch ich fang das Saufen jetzt endlich mal an. Vielleicht fällt mir der ein oder andere auch noch ein. Sie sind geistig behindert.